Ja, meine Güte, immer wieder dieses Immunsystem, wie wenn das das Einzige wäre, das unseren Organismus gesund und in Balance hält. Ja, hallo meine lieben GeolebenTV-Zuseher und Freunde, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich auf jeden Fall meine. Ja, dieses Ding mit diesem Immunsystem, ja, das ist ja wirklich so gehypt in letzter Zeit eben gerade auch in Zeiten von C. die, 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 die eh schon wissen. Ich habe ja sowieso ein gesundes Immunsystem, ich bin noch jung und knackig, bei mir passt ja alles, ich brauche das alles nicht, Nahrungsergänzung und gesunde Ernährung, na, das passt schon alles und bewegen durch mich auch, na, das ist alles okay. Das höre ich dann bei ganz, ganz vielen immer, vor allem auch bei jungen Leuten, das ist schon richtig, die meisten haben natürlich auch in den ersten Jahrzehnten ihres Lebens noch ein halbwegs gut funktionierendes Immunsystem, zumindestens ein solches, das noch nicht auffällig geworden ist. Ja, dass es aber wichtig wird und gerade in Zeiten wie diesen, na, ganz besonders drauf zu schauen, auf unser Immunsystem, das wissen wir mittlerweile eben auch und das ist hier nicht nur genügt, drauf zu hoffen, gesund zu bleiben und jedem zu wünschen, bleibt gesund, sondern dass wir einfach auch was dafür tun sollten oder sogar auch müssten, das, wie das funktionieren kann, was mit dem Immunsystem überhaupt ist und wie das vor allem auch funktioniert, damit man da Einblicke kriegt, weil wenn man versteht, wie was funktioniert so halbwegs, dann ist man eher bereit, wirklich was dafür zu tun. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung und die gebe ich ja weiter, wer wisst, aber das Wichtige kommt, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. Unser Immunsystem besteht aus einem Zusammenspiel zwischen bestimmten Zellen, Signalstoffen und Geweben und gehört neben dem Nervensystem zu den komplexesten Systemen im menschlichen Körper. Die Abwehr der Erreger findet dabei auf unterschiedlichen Ebenen in unserem Körper statt. So werden bereits im Mundraum bestimmte Erreger durch den Speichel und die Schleimhäute abgefangen. Gelingt ihnen dennoch ein weiteres Vordringen in unseren Körper, stellen sich hochspezialisierte Abwehrzellen den Erregern entgegen und bekämpfen diese. Je nachdem, welche Bestandteile der Immunabwehr zum Zuge kommen, spricht man dabei von einer unspezifischen oder spezifischen Abwehr. Jo, meine lieben Freunde, also das Immunsystem ist, wie wir nun mitbekommen haben, unglaublich wichtig. Ohne Immunsystem wäre überhaupt nichts möglich. Da wären wir schon lang bei den Engerl oder die Pechhaben eher da unten. Unser Immunsystem ist für unser Leben, für unseren Leben fortbestand ohne Zweifel massiv wichtig. Doch was sind denn nun genau diese unspezifischen oder eben spezifischen, dieses spezifische, unspezifische Immunsystem ganz genau? Das unspezifische Abwehrsystem. Unser Körper verfügt über eine Vielzahl von äußerlichen Barrieren, die einen natürlichen Schutzwall gegenüber Erregern und Fremdstoffen bilden. Hierzu zählen erstens äußerliche Barrieren wie Haut, Schleimhäute, Magensäure und Urin, zweitens bestimmte weiße Blutkörperchen, wie zum Beispiel eben Fresszellen und drittens bestimmte Signalstoffe, das sogenannte Komplementsystem. Man spricht beim unspezifischen Abwehrsystem auch von dem angeborenen Immunsystem. Dieses System ist zwar nach der Geburt noch nicht vollständig ausgebildet, dennoch kann es das Baby von manch gefährlichem Erreger schützen. Wenn die unspezifische Abwehr überfordert ist und die Erreger nicht neutralisieren kann, kommt die spezifische Abwehr zum Zug. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Abwehrmechanismus, der spezifisch gegen bekannte Erreger wirkt. Dies geschieht dadurch, dass die Zellen dieses Abwehrsystems schon einmal Kontakt mit diesen Eindringlingen hatten und sich deshalb an sie erinnern können. Dadurch ist das spezifische Immunsystem in der Lage, bei einem erneuten Angriff des gleichen Erregers schnell und effektiv zu handeln. Diese Fähigkeit entwickelt sich allerdings erst im Laufe des Erwachsenenwerdens und ist daher bei Kindern noch unzureichend ausgebildet. Die Funktionen des spezifischen Immunsystems werden von zwei Zelltypen ausgeführt, zum einen von den B-Lymphozyten und zum anderen von den T-Lymphozyten. Ein weiteres wichtiges Mittel des spezifischen Abwehrsystems sind die Antikörper. Diese dienen sowohl zur Kommunikation zwischen den Abwehrzellen und eben auch zur Markierung des Erregers. Ja, meine Lieben, das war jetzt einfach mal eine kurze Erläuterung, wie das mit dem Immunsystem denn grundsätzlich nun so mal funktioniert. Und ja, bevor ich es eben auch vergesse, nicht nur für das Immunsystem im klassischen Sinne ist eben das Immunsystem besonders wichtig, sondern eben auch neben der Abwehr von Erregern und Fremdstoffen, die von außen in den menschlichen Körper eindringen wollen, hat das Immunsystem noch weitere Aufgaben. Erstens, wie die Kontrolle der körpereigenen und ungefährlichen Mikroorganismen, zum Beispiel im Darm. Zweitens, auch bei der Tumorabwehr hat es eine sehr, sehr wichtige Rolle. Drittens, sowie für die Wundheilung. Ja, meine Lieben, so manche oder manche, ja, denkt sich jetzt vielleicht, hm, das ist ja alles schön und gut. Jetzt weiß ich mal so im Groben, wie das Immunsystem eben nun wirkt. Doch mein Immunsystem ist ja sowieso tippe-toppe, alles Palette. Ja, das mag ja vielleicht auch stimmen, vor allem wenn du noch jung bist, sind die Chancen noch einigermaßen gut, dass eben das Immunsystem recht gut beieinander ist, ohne dass du irgendetwas irgendwie dafür tun musst. Oder eben vielleicht auch nicht. Wer kann das schon mit Gewissheit sagen? Ich nicht und auch sonst wahrscheinlich niemand. Doch eines weiß ich einfach auch mit Gewissheit, dass von nichts einfach auch nichts kommt. Ich meine eben auch damit die Gesundheit. Und von nichts könnte schon etwas kommen, so ist es nichts. Und zwar eher die Krankheit, wenn man da nichts macht. Auch wenn es zu Zeiten C, Punkte, Punkte offensichtlich ja Gesundheit nicht mehr wirklich gibt, gibt es diesen Zustand, dass der Organismus nur bei einer ausgewogenen Balance einfach auch mal gut funktioniert und bei einer Imbalance eben eher krank macht. Diesen Zustand gibt es auch trotz C, Punkte, Punkte auf jeden Fall noch. Ich habe es ja am eigenen Körper gespürt, wie es ist, wenn sich der Körper plötzlich nicht mehr so wirklich am Balance anfühlt, wenn er sich nicht mehr in Balance halten kann. Und dann ist einfach Krankheit Tür und Tor geöffnet. Bis zu meinem 30. Lebensjahr ungefähr habe ich getan, was ich wollte. Ich habe geraucht wie ein Schlot an die 45 Zigaretten am Tag. Ich habe gegessen, was mir geschmeckt hat und was ich wollte. Ich habe mich sehr, sehr wenig bewegt. Ich war auch beruflich einigem Stress ausgesetzt. Es waren natürlich auch private Dinge, die stressig waren. Ich bin in die Abendschule gegangen, vier Jahre, habe viele Ausbildungen gemacht. Da war viel, viel Stress. Und da kamen die Einflussfaktoren wie Handystrahlung, WLAN-Strahlung, extrem kontaminierte Lebensmittel, immer mehr beruflicher Stress, zeitweilige Arbeitslosigkeit dann auch und natürlich jetzt auch extremer Stress durch eben C, Punkt, Punkt. Das kam damals vor 30 Jahren noch nicht vor. Wie ich 30 war, hatten wir das Jahr 1992, also schon etwas her. Und mein erstes Handy hatte ich 1997. Das war ein ziemlich urtümliches Ding. Ja, zu Raucher aufhören konnte ich Gott sei Dank 1998. Mit Bewegung und Ausdauersport begann ich auch so vor circa 25 Jahren und Ernährungsumstellung und Ernährungsbewusstsein auch so um die Zeit damit einfach mal angefangen. Ja, ich habe damals auch angefangen, mich für Naturheilmittel zu interessieren, bekam damals auch ein Buch von Maria von Treben, einer sehr bekannten Naturkundigen und Heilerin einfach damals in die Hände. Und ich weiß noch genau, wie ich mich dann in der Umgebung von Salzburg auf die Suche nach diversen Pflanzen gemacht habe. Ja, warum erzähle ich das euch jetzt? Ja, weil ich gleichzeitig auch die Einflussfaktoren einfach auch klar machen möchte, aufzählen möchte, die das Immunsystem einfach so immens schädigen können, die schlecht für das Immunsystem einfach schlecht auf das Immunsystem einwirken, weil ich einfach auch durch diese ganzen schädlichen Einflussfaktoren eine Menge freier Radikale produziere, eine Menge oxidativen Stress produziere, nitrosativen Stress durch Pestizide, durch Herbizide, durch Fungizide, durch Nitrate, die alles eben in der Nahrung zu finden sind. Ja, riesengroße Stressfaktoren für unseren Organismus, die einerseits großen Schaden an und für sich in den Zellen anrichten und andererseits aber auch wieder eine Menge an Vitalstoffen, an Mikro- und Makronährstoffen eben auch an sich binden und diese eben auch brauchen und diese dann einfach in unserem Organismus immer wieder irgendwo anders einfach abgehen, einen Mangel dann eben auch wieder produzieren. Ja, die Zellen werden einfach krank, sie werden geschwächt oder sie sterben überhaupt ab und so entsteht eben einfach auch ein Kreislauf, der sich wohl eher als eine Abwärtsspirale nach unten zeigt, als eben ein Kreislauf, der halt alles so am gleichen Stand hält. Ja, für den Organismus schädigende Substanzen hat es ja schon immer gegeben, keine Frage. Der Mensch entwickelte ja diesbezüglich auch ein sehr raffiniertes Neutralisierungs- und Entgiftungssystem. Ja, doch wie gesagt, die Einflussfaktoren stiegen und steigen immer noch immens an und wieder, wie gerade eben auch jetzt in Zeiten von C. Punkti, Punkti, Punkti. Ja, wir haben diesen Schadstoffen zwar in normalen Falle, die Vitamine, die Spurenelemente, die Aminosäuren, sekundäre Pflanzenstoffe etc. etc. Das haben wir alles dem Ganzen entgegenzusetzen. Doch wie jetzt schon einige Male betont, die Schadstoffe nehmen mehr und mehr zu. Und deswegen ist es auch klar, dass der Bedarf an Mikronährstoffen einfach steigt, ziemlich ansteigend, würde ich jetzt einfach auch mal behaupten. Jetzt bin ich ja damals selbst in die Natur gewandert und habe Pflanzen gesammelt, wie ich vorher kurz eben erzählt habe. Und jetzt muss ich natürlich auch dazu sagen und ehrlich gestehen, dass ich jetzt nicht wirklich so richtig die Heilkräuterfee eben damals auch war und geworden bin und eben auch dann sehr, sehr erfolgreich damit war. Das war ich halt einfach auch nicht. Doch ich habe einfach weitergeschaut. Das hat mich inspiriert. Das hat mich total interessiert. Ich habe dann einfach weitergeschaut, nach alternativen Möglichkeiten gesucht und bin so zu den allseits bekannten Bachblüten gekommen, bis hin zu den Schüsselersalzen und habe, wie schon angedeutet, dem auch einige sehr negative Einflussfaktoren wie Nikotin den Alkohol weglassen können. Ich habe mehr gesunde Nahrung in mein Leben bringen können. Das hat dann alles natürlich auch dazu verholfen, um hier eine radikale Kehrtwende in ein gesundes, in ein wesentlich besseres Leben einfach auch zu kommen. Ja, meine lieben Zuseher und Freunde, das Immunsystem unglaublich wichtig in der Zeit wie heute. Und ich sage es euch wirklich, es ist so wichtig, auf das Ganze zu schauen. Es ist so wahnsinnig wichtig, da selbstverantwortlich zu werden und wirklich in seinem Leben für sein Immunsystem einfach da zu sein und was dafür zu tun. Und wenn man das auch zusätzlich mit Nahrungsergänzungen machen kann, dann mache ich das einfach auch. Ich gebe ein bisschen Geld dafür aus. Aber wie gesagt, auch andere Dinge sind für das Immunsystem wahnsinnig wichtig und dann sind wir einfach ein bisschen cooler. dem Ganzen, was da jetzt einfach auch so abläuft, wesentlich cooler gegenüber, weil wir einfach auch wissen, wir haben was gemacht, wir sind in Form und fangen nicht jetzt ganz schnell mehr an, ich muss was für mein Immunsystem tun, sondern das machen wir. Und viele machen es sowieso schon, zum großen Teil, die meinen Kanal kennen, die sich auch mit anderen auseinandersetzen. Und alles, alles Liebe von meiner Seite, Daumen hoch, eure Meinung in die Kommentare, wie immer. Und schaut auf meine Seite, bewusstgesundgeosixlebensmode.at, wie ich schon wissen, wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus. Und das wird, glaube ich, wieder ein bisschen kürzer. Ciao, ciao. Baba, ciao.